Max, es tut mir leid. Ich verliere hier nur einen Job. Aber du? Meine ganze Existenz. Ach Gott. Hast du mir nicht vorgespielt, du wärst ein erfolgreicher Mann? Und nichts, nichts war gut genug für uns. Wir können doch neu anfangen, Rosa. Was? Wo? In der Wüste? Es steht hier zu viel auf dem Spiel. Da kann ich auf Ihre moralischen Bedenken keine Rücksicht nehmen. Die Mine ist erledigt. Das könnte ich feststellen. Nein. Da ist nichts mehr zu holen. Außerdem ist es gefährlich. Seit er von der Mine erfahren hat. Golden Soak? Ja. Da machen Sie sich keine Hoffnung. Dabei kann man nur Geld verlieren. Ach, unterschätzen Sie Alec bitte nicht. Sollte dort irgendetwas sein, dann findet er es. Ich versuch's zu Fuß. Du bist verrückt? So denn. Das ist doch heller Wahnsinn. Nun mach dir mal nicht in die Hosen. Wenn du fertig bist, fährst du einfach meiner Spur nach. Du wirst mich schon finden. Ich nehm den Kompass mit. Bis nachher. Alec, mach doch keinen Unsinn. Ja, schon gut. 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 Ich mach dich. Vielen Dank.